Hallöchen und Herzlich Willkommen zurück zu einem kleinen Minecraft Tutorial. Ja, wir werden uns heute eine schöne Konstruktion anschauen. Ich fühle sie mal vor. Also, dann geht hier unten was auf. Ja, und es regnet. Es ist ja geil. Das ist super geil. So, komm, hör auf. Ja, so, ich zeige euch mal, wie das alles funktioniert. Nämlich so, ja, ist ziemlich simpel zu bauen. Und wir bauen das jetzt eben nach. Und dann sehen wir uns nach einem kleinen Cut wieder. Ja, bis gleich. So, da bin ich wieder. Und ja, für das Bauen brauchen wir eine vier mal fünf große Fläche eben. Und ja, wenn ihr, das ist ziemlich gut für in die Berge reinbauen oder so. Weil in einem Haus ist es nicht so geil. Da gibt es bessere eben. Die ein bisschen, ja, kann man auch in ein Haus einbauen, wenn man das halt irgendwie schafft zu verstecken. Naja, ich rede nicht lange rum, sondern fange gleich an. Also, wir müssen hier, ne, warte, doch. So. Wir fangen hier mit einem Sticky Pisten an. Der kommt hier hin. Und hier unser Block. So. Dann, äh, wird er hier ausgefahren. Und das ist dann hier sozusagen, äh, so die Wand, wo man dagegen läuft. Und dann fällt es runter. Ja. Dann kommt ihr hinten eine kleine Strecke hin. Jetzt ist es wichtig, dass wir, ähm, hier, eine Rail hinsetzen. Ganz normal. So und so. Und eben so macht. Und diese Schiene hier oben weg macht. Und dafür ein Block hin macht. Das unten können wir wegnehmen. Ja, äh, damit es eben wieder runterfährt, eben das Minecart. Ja. Das war eben so die Minecart-Strecke. So, jetzt kommt noch, dass wir das hier gepowert bekommen. Machen wir einmal so. Tada. Und schon funktioniert's. Und, äh, weiter geht's. Ja. Dann müssen wir hier unten hin. Und zwei Blöcke so setzen, ne. Ein Redstone-Fackel. Zwei, äh, Redstone drauf. Ein Minecart. Und ja, fertig ist es. Nur leider sieht man hier das Durchheben, das Minecart. Aber wenn man dagegen läuft, seht ihr? Fährt hoch. Fährt runter. Wird deaktiviert. Ich mach's nochmal. Äh, komm schon. Aktiviert. Deaktiviert. Ja. Das war's. Und dann müsst ihr eben hier unten einen kleinen Raum haben. Keine Ahnung. Und drunter Wasser. Und wenn man dann hier dagegen läuft, so. Zack. Fällt man durch eben. Ey, ich will nicht sterben. Äh. Das muss ich wieder hochfliegen. Lalalalalalalalalalalala. Ja. Das war's eigentlich soweit. Schon diese kleinen Konstruktion. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und wenn ja, dann lasst eine Bewertung und ein Kommentar da. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge Bad Wars oder was weiß ich. Und bis dahin. Tschüss.